Hallo liebe Editoren und AMV-Liebhaber! Hier ist sie wieder, die Show, in der ich euch meine 5 liebsten Videos von einem AMV-Contest vorstelle. Nun, eigentlich sollte jetzt hier im Hintergrund das Dokumi-Logo in Leuchtlettern prangern, Mates aus dem Made-Café sollten den Konga tanzen, der Degen höchstpersönlich von einem 15-Meter-Turm in ein Becken gefüllt mit Muffins springen. Nur leider, ich habe keine Daten von der Dokumi bekommen, also gibt es auch keine AMV-Review. Schade. Stattdessen müssen wir uns wohl mit Hausmannskost aus Linz begnügen, der AMV-Contest von der NyanCon. Kein Exklusiv-Video vonnöten, der Bautzi hat ihn geleitet, 12 Einsendungen gab es, ja ich weiß, das hört sich alles nicht noch besonders viel an, aber liebe Editoren, seht es doch mal von der Seite, je weniger Einsendungen es gab, umso höher die Chance, dass ich genau über dein AMV mich auslasse. Man könnte also auch meinen, hier gibt es gute alte Aufmerksamkeit billig zu haben. Aber genug der langen Vorworte, legen wir endlich los, mein persönlicher Platz Nummer 5 geht diesmal an Miso mit Betum zu den Beats von Blues Daily. Suit Up heißt das fetzige Lied und fetzig ist auch sein AMV. Eigentlich stehe ich ja weder auf diese Art der Musik noch auf eine derartige Inszenierung, aber man kann über Miso sagen, was man will. Sein Stil ist unverkennbar und ich hätte diese Datei auch ohne PDF im Anhang eindeutig ihm zuordnen können. Es ist gerade bei Wettbewerben immer wieder erfrischend zu sehen, wenn Leute mal was aus der Norm probieren und auch mal weniger bekannte Titel nehmen. Wobei, was ist das überhaupt für ein Anime? Lost the Animated Series? Sag, Oba, wie fällt das nicht ein? Wie heißt das nochmal da, wo die Leute auf die Insel kommen und dann nicht mehr weg können von der Insel? Aber irgendwann kommen sie dann doch weg, aber sobald sie weg sind, wollen sie wieder auf die Insel. Wie hieß das nochmal schnell? Unser letzter Japan-Urlaub? Naja, genau! Und dieses AMV ist auch eins von denen, wo ich mir gewünscht hätte, das direkt auf der Con zu sehen, weil mein Heimkino-Setup ist so toll nicht. Also, mein Platz 5 geht diesmal an dich, Miso, weil sich dein AMV zumindest schön aus der Masse hervorhebt. Und technisch schlecht gehandwerkt ist es natürlich auch nicht. Weiter geht es hier mit Platz Nr. 4. Er beweist eindrucksvoll, dass gute AMVs nicht zwangsläufig lang sein müssen, sondern nur stimmig. Platz 4 geht nämlich an Down of the Time mit – und hier fehlt mir jetzt die richtige persönliche Anrede – einem Fullmetal-Alchemist-AMV zu den Klängen von Placebo. Ich war mir die ersten 10 bis 15 Sekunden nicht ganz sicher, was ich von dem Video halten soll, aber es hat mich in dem Moment überzeugt, als Edward zu Try not to forget seine Tasche nur zuklappt. Das hat so gut gepasst, dass es schon wieder beinahe unheimlich war. Der Rest vom AMV konnte zwar mit dieser einen Szene nicht mehr ganz mithalten, aber ich war dann doch etwas traurig, dass es nicht noch eine Strophe länger ging. Aber wer weiß, vielleicht war das Ganze ja auch eine Art Teaser zum Iron Chef Wettbewerb auf der Nippon Nation, weil, ganz ehrlich, zwei Stunden Editoring-Zeit, das braucht mein WC schon zum Rendern. Aber ja, schönes AMV, nichts weltbewegendes, aber es transportiert eine klare Message und fängt die Stimmung der Serie gut ein. Bei den Basics aufgepasst, Danke setzen. Das nächste Mal vielleicht 90 Cent investieren für das gesamte Lied anstatt der Hörprobe, dann wird es auch etwas mit einer höheren Platzierung. Hier geht es nun weiter mit einer alten Bekannten, die hat schon einmal groß abgeräumt hier, und zwar bei der FUYO Convention Review. Und ja, ich habe das jetzt nur erwähnt, damit ich für meine alten Videos Werbung machen kann. Hier ist Platz Nummer 3. Cruel Devotion hat es auch diesmal wieder in meine Top 5 geschafft, mit einem Anime Mix AMV zu Lies von Marina and the Diamonds. Ein AMV mit viel Gefühl und Herzschmerz, so richtig schön zum da sitzen mit seinem Partner, ihn in die Arme nehmen und, ach Gott, bin ich verweichlich geworden. Gut, konzentrieren wir uns lieber auf den technischen Aspekt. Entsättigte Farben, massenhaft Lyrick-Einblendungen, wie wir sie alle lieben und das obligatorische Quoten-WMV im gesamten Starterfeld. Äh, zählt WMV jetzt eigentlich schon als Filter? Ansonsten ist es aber ein wirklich schönes AMV, stimmig mit ein bisschen diesem Nostalgie-Touch. Es kann natürlich auch sein, dass es sich hierbei um ein etwas älteres Werk handelt, weil der Wettbewerb war ja nicht exklusiv. Das würde dann auch erklären, warum es gar so weit hinter das von der Fuyukon zurückfällt. Zumindest was das Technische anbelangt. Aber sei es wie es ist, Platz 3 ist auch schön. Gratuliere dazu. Das ist ja normalerweise der Platz, wo man so eine Packung Buntstifte und Volume 4 aus irgendeiner DVD-Reihe bekommt. Und viel Spaß damit. Hier geht es nun weiter mit Platz Nr. 2. Mit jemandem, der auf den schönen Namen Sword-Hamster hört und mit seinen vielen Animes Bautzes Excel-Formatierung zerschossen hat. Daraufhin hat er das AMV einfach umbenannt in Error 514 Anime Overflow. Ein sehr passender Titel, wie ich meine. Weil wer meint, ich hätte für meinen Youngcon AMV schon sehr viele Serien verwendet, der wird hier gleich nochmal eines besseren belehrt. Ich entschuldige mich natürlich für diesen Stereotypen-Gag. Er entspricht nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen hier bei The Con is Heiß. Aber es sind einfach verdammt viele Serien. Und wisst ihr, was das Beste an diesem AMV ist? Das Ganze ist so austauschbar und random, dass wenn ihr mal ein Grundgerüst habt, könnt ihr wahllos Szenen austauschen und euer Video nach Belieben aktuell halten. Ziemlich clever, dieser Hamster. Aber ich muss schon sagen, 10 Sekunden Angel Beats am Stück am Anfang? Ja, verschenkte Zeit. Da hätte man locker noch 5 andere Serien reinpressen können. Für so viele Titel war das AMV auch auflösungstechnisch auf einem sehr gleichbleibend hohen Niveau und ich mag den Touch, dass es mit Klavier anfängt und mit Klavier aufhört. Aber ich habe das erst jetzt wieder bei meinem ersten Multititle-AMV gesehen, wie einfach diese Sachen doch zu editieren sind. Du suchst dir einfach die besten Trailerszenen aus all den Serien zusammen, wirfst in einen großen Topf, rührst einmal kurz um und fertig ist das AMV, das eigentlich viel spektakulärer aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Wie von U-Ton. Probiert es doch einfach mal selbst zu Hause aus. Gut, jetzt habe ich auch irgendwie den Hint an meine neue Kochschuhe untergebracht, dann kann ich ja guten Gewissens zur numero uno schreiten. Platz Nr. 1 und somit mein Lieblings-AMV von Nanyangcon ist Mr. Ace Danganronpa AMV mit Pendulum Propane Nightmares. Ein Werk, dem man es ansieht, hey, da hat sich jemand wirklich Arbeit für den Wettbewerb gemacht und nicht nur einfach bei einem alten Video mal schnell die Titel ausgetauscht. Technisch perfekt umgesetzt macht es total Lust mehr über das Game zu erfahren und könnte damit schon fast ein Werbevideo für das Spiel sein. Es hat auch irrsinnig viele kleine liebevolle Details und mit Welcome Despair AMV sogar einen richtigen Titel, wenn ich mich nicht irre. Schön. Und überhaupt, man sieht sie nicht mehr oft bei Wettbewerben. Die EMVs, wo auch oder nur Sequenzen aus Videospielen verwendet werden. Und wenn man sie dann mal sieht, dann sind sie meistens nicht so knusprig. Ganz anders hier. Temposchnitt und Effekte, da passt einfach alles. Gratuliere Mr. A, du machst dir eigentlich immer sehr schöne AMVs, aber mit diesem Werk konntest du mich zum ersten Mal seit langem restlos überzeugen. Ein verdienter erster Platz, wie ich meine. Gut, das war's für diesmal von der AMV Review. Den nächsten Konntest gibt es bereits auf der... Moment mal, ich schrieb das Skript hierfür vor 10 Tagen. Aufnehmen durch es heute. Auf Sendung geht's bald. Also eigentlich müsste ich sagen, den nächsten Konntest gibt es bereits auf der Nippon Nation. Ein Sendeschluss war irgendwie vor 10 Tagen. Gut, damit gut Schnitt und möge der Codec mit euch sein. – Musik – Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017